Das Ding ist, ich werde mit diesem Auto nicht mithalten können. Ah, verpissst. Ich weiß. Blech. Ähm, ein Hänge abzukoppeln, ja. Und ja, so fährt man auch gerne. Pisslich. Habe ich? Ne, stimmt. Frankl hat die Wehigkeit langsam im Auto fahren, weil dann hätte ich... Ui, dann hätte ich es nicht können. Ui, ui, ui. Wer... Seid ihr es? Okay. Oh, das ist so schwer. Ich weiß, wo er lang ist. Was, da kann ich nicht... Das kann ich nicht kaputt fahren. Oh, das ist Schwachsinn. Ernsthaft, ist ja langweilig. Okay. Was, wieso? Was, wieso? Und wenn ich soll, gerne, aber warum? Oh, meine Fresse. Du hast gesagt, ich soll links fahren. Fick dich. Ich höre nie wieder auf dich, Michael. Wichser, ey. Ja, hier nach links, aber doch nicht da, als es auch links ging. Das war eine Abkürzung, um ihn zu kriegen. Fickt euch! Ja. Ah, Radio ist aus. Okay, nein, 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 nein. Das Radio... Nein. Okay. Alter, als ob ich dich nicht selbst sehen könnte, bist du dumm? Komm schon, komm schon, oh yeah, eh, 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 eh. Das kann ich sehen. Hm, aber? Aber? Kommt ja noch was, oder? Aber sonst wär's noch langweilig. Das Adrenalin muss richtig reinkicken erst. Ich mach's keinen Spaß, verpiss dich. Mann, seid ihr alle dumm. Das könnte er knapp werden. Ich könnte ihn, äh... verfehlen. Nein, nicht verfehlen, verlieren. Aber da hinten ist er. Oh, ja. Das sind die Zaters aus. Hallo! Ey, ey, hey. Picker. Hast du nicht von Batterien, ey? Nein, war nicht so. Das war nichts von dir, okay? Oh, ja? Das kleine Mädchen bes Mitschule, als sie zwei Jahre alt war. Und ich verschte Gott, dass ich die fucking News entfernen werde von einem anderen, der sich mitfüllen auskriげ. Ich bin nur ein dummer A-List-Celebretter, der versucht in Amerika zu entdecken, okay? Ich habe vieles zu tun, was jetzt passiert, außer dass du mich versuchen zu töten. Jetzt habe ich mehrere sexuellen Verabschieden, plus ich bin ein Adjekt, okay? Und ich habe relapsiert. Ich kann nicht aufhören, Mann. Ich habe es im Traffekt. Was ist dein Talent? Ich meine, außerhalb von Liebe und Sex. Du hast nicht gesehen, meine Show? Es ist nicht live, es ist nicht lustig. Das ist mein Genie, ich habe keinen Talent. Du bist sicherlich nicht übel, Tee. Du hast du ein Punkt verwendet. Das ist deine Tochter. Du solltest dich über die F***in'-Ponnytail aus der Mitte dieser Mannschaft und du! Die Pantse auf! Ohohohohohoho. Okay. Du hast es. Alles klar. Was machst du? Du willst du Dance-Sexy, Celebrite? Ich brauche Musik oder... Du willst du Fuckin'-Annoyen mich? Ich bin Dance. Gut. Gut, 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 jetzt schreit es wie es heiß ist, okay? Ich möchte dich schön und schlafen. Komm schon, schlafen! 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 Komm schon! Oh, bitte nicht zuhören, okay? Ich muss mich auf dem Magazin sein, nächste Woche! Okay, gut, komm, weg! Nein! Geh, jetzt! Bevor ich meine Gedanken mache! Ich habe alles auf meine Kamera, du scheiße Scheiße! Der Welt wird deine Scheiße sehen! Hahaha! Ich gehe nach Hause. Wie hast du das ohne mich seit neun Jahren gemacht, oder? Hahaha! Oh, shit! Dave! Wir müssen sprechen. Ich war gerade zu erzählen dir die gleiche Sache. Okay. Möge mich auf der GALILEO-Observatoire, kurz wie du da kannst. Okay. Das mache ich sehr gerne. Oh meine Güte. Das wird sehr interessant. Was ist denn... Wo ist das B? Was ist das B? FBI? Ja, das macht Sinn. Ist das Einzige gerade, ne? Okay. Hier ist Trevor. Ist schön. Nein! Nein! Und er hält sich nicht mehr an! Ach, crap! Wichser! Ich halt das Auto. Scheiß drauf. Dann fahren wir eine schöne Runde! Ah, schönes Auto! Lester! Hey, Lester! Mike! Hey, I'm transferring your cut of the Jewel Store. Take to your account. Mandrazo's already got the house money, so... You can rest easy there! Ah, thank God for that! Okay. Yo, das sind, äh, eine Dreiviertelmillion Dollar. Okay. Cool. Das ist... Wow. Also, das ist einerseits ganz geil, andererseits hätte ich irgendwie mit mehr gerechnet. Aber ich mein, gut, das Haus war weg. Das Haus wurde... Schon drauf. Das war... War auch eine Million bestimmt. Also, das passt schon. Ist schon okay. Ja, ich feier hier lang. Ich kann die Bär sich mal entscheiden, wo ich lang soll. Kann die Musik sich mal entscheiden? Nein. Also doch. Aber nein. Musik. Und... Yeah. Oh, da gehen wir uns mal. Ich mein, wer Vorschläge hat, was in die Playlist soll, kann ich gerne in die Kommentare schreiben. Wettet nicht drauf, dass es reinkommt. Ich sage bewusst Vorschläge, ja. Weil die Musik, die muss natürlich mir gefallen. Darf nicht Copyright geschützt sein. Und... Sollte auch irgendwie zum Spiel passen. Aber ich werde jetzt... Ich mein, so Rap-Hip-Hop passt rein. Keine Ahnung, was wäre ein gutes Gegenbeispiel. Ave Maria oder so. Wäre ich hier wohl nicht ins Radio nehmen. Also, you get my point. Bei GTA 4 habe ich das nämlich so gemacht. Aber da habe ich jeden Vorschlag reingenommen. Und daraus kam eine Scheiß-Playlist am Ende. Also, ich... Äh... Versuche hier mal... Noch ein bisschen auszusortieren am Ende. Ich verstehe nicht, warum Mainz da so viel leiser ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Verstehe ich nicht. Der ist eigentlich auch auf Maximumlautstärke gemischt. Ganz komisch, aber gut. So. Mal schauen, was das FBA gegen Trevor machen will. Wenn überhaupt, ne. Like whatever. Ja. Okay. Das passiert. Ist ja nicht mein Wagen. Scheiß drauf. Okay. So. Let's easy. Immerhin gibt es ja ordentlich die Straßen hier im fucking Outback. Da hat man fast Arbeit mit... Diese Straßenbefestigung, ey. Yeah. Kennen wir diesen Typen eigentlich, den wir jetzt besuchen? Oder nicht? Ähm. Also, wir müssen auf jeden Fall in. Das stimmt. Das sieht aus wie ein Observatorium. Ja, auf dem Gras geparkt. Legende. Welcome to the Federal Bureau of Investigation. Bureau. Sagen wir es die eigentlich so? Ich mein, im Französischen wäre es Büro. Wie wir es halt auch im Deutschen sagen. Und ich muss hinten rum. Bin ich hier richtig? Ja. Ja, wo, was? Komm ich da außen rum? Ich mein, runter, ne. Runter geht's immer. Also, du denkst dir was. Fuck. Du. Okay. Ich habe es geschafft. Arreste mich. Du weißt, was? Du wirst du meine Leben. Weil du es sagst. Was? Du es sagst. Trevor. Ein paar Tage vorhin. Aber wir haben wirklich nichts darüber gesprochen. Aber wenn, 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 er beginnt zu fragen, warum du nicht beenden Worms nach der Kanadischen Borde. Oh, wir haben Probleme. Ja, keine Scheiße. Wir sind in es. Wir sind zusammen. Also. Wenn deine Probleme sind meine Probleme, dann ist das, dass meine Probleme sind, dass meine Probleme sind, deine Probleme? Nein. Nein. Was, wenn ich meinen Job verloren habe? Wenn jemand kommt in meine Bücher, beginnt zu lesen, sie sehen die Dinge, die ich gemacht habe. Ich weiß vieles Sachen, ich kann eine Pläge auf fünf Jahre, aber du... Fuck. Du. Du ungratwollst. Ich habe deine Karriere gemacht. Na, und wir besser gehen, um es zu retten zusammen, weil... du und ich beide wissen, wir können es nicht gehen jetzt. was du brauchst? Dieser Mann. Ferdinand Karamoff. Der Arzt sagt, er ist tot. Wir in der Büro denken, dass sie verdammelt sind. Wir denken, dass er irgendwo in einem Ort Und so? Wahrscheinlich. Er hat Informationen, die ich und meine Vorbereitungen ausgerüstert werden. Die Arzt haben die Arzt die Arzt verraten. Wir brauchen Sie, um den Körper zu verraten. Wie werde ich in hier kommen? Nein. Du hast schon gespielt vorhin, nicht wahr? Ich habe immer irgendwie gefühlt dich. wenn du wundernst, ich erzähle dir was. Was haben wir? John Doe. White male. Overweight. In his late 40s. Hustle coroner. Mhm. Let's take a peek. Mhm. Er hat eine Nachfrage. die ihr gesehen habt, hat für eine Woche noch zu fühlen. Du kannst du es riechst von diesem Mann, wenn du so? Ah, die Dinge, die in diesem Ort. Junge, du kannst du in ein Sandwichбaschen waldigst, wie vielfügel. Diese Gassbasch hier ist eine Tolle. Alkoholiker. Ich würde nicht aufstehen auf den Zustand der Körper. Du denkst, noch 40 Jahre? Er nimmt es eine Presse. Er hat eine Erachtung. Er ist ein einoreszener für die Insegültige. Nota die Farbe und die Finger. Schmerz. Nach einem Tag würde ich sagen, wahrscheinlich Cigars, auch. Ich war so, als ob es nicht morgen gab. Ja, er hat das richtig. Einige Leute denken sie sind immortals. Du hast Scheidt-Pane kommt auf deine Frau. Glücklich, die diese Sache aufzunehmen. Sie war wahrscheinlich verliebt, als er es zu kaufen. Wunderschöne Gespräche mit dem Freund. Vielleicht bekommen sie ein wenig Geld. Es ist ein Wunsch-Wunsch. Es ist nur Wunsch. Die Schmerzen sind die Schmerzen, die ihn öffnen müssen, um die Schmerzen der Todesnachung zu kümmern. Warte mit dem Schmerzen und dem Schmerzen. Du möchtest deinen Nuss nehmen. Ähm. Habe ich zu lange gewartet? Scheiße. Ja, es hat auch Spaß gemacht. Komm schon, dann wach mal direkt auf. Fick dich. Ich mesche X. Was haben wir da? John Doe. White male. Overweight. In seiner 40s. Possible. Kornet. Lass uns einen Blick. Okay. Natürlich. Meine Klamotten? Fragezeichen. Du hast den Raum überhaupt nicht durchsucht. Bist du dumm? Ja ist kaum. Waffe. Was? Waffe haben wir. Alles gut. Das sieht nicht richtig aus. Okay. Alles gut. Ah ja, meine Spezialfähigkeit, genau. Der ist doch nicht tot, oder? Der ist tot. Das sieht gut aus. Okay. Okay, gut. Hätte man auch Headshot machen können, aber geht schon. Und der kommt. Nein. Da müsste gleich einer rauskommen. Genau. Kann man nachladen. Ah, scheiße. Nachladen. Lebensregeneration, Fragezeichen. Hallo. War nur Spaß. War nun ein Prank. Sorry. Hier muss Yada. Ich muss gar nicht, dass die Leute hier Waffen haben. Aber gut. Hier ist noch einer. Oder nicht? Nee, schauen wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle töten muss, aber es macht Spaß. Deswegen machen wir uns einfach. Ich bin gegen die Tür gelaufen. Sorry. Der Pfleger. Lassen wir mal. Ich bin nicht Trevor. So verrückt bin ich nicht. Deine Waffen sind in einem schwarzen Müllsack im obersten Stock. Okay. Ich hätte sowieso keine Waffen. Glaube ich. Wie geht's? Soll ich in den Aufzug? I can go to the elevator. Fuck. Die shit. Welche Treppe? Ach da. Okay, ich sehe es. Ja, ja, ja. Okay, let's fucking go. Gibt's eigentlich auch gute Waffen in diesem Spiel? Ich hab mein Muni eingesammelt. Okay. Was genau ist das? 8500, cool. Was genau ist das Grüne? Der Grüne Punkt. Das ist der Grüne Punkt. Genau. Oh, 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 oh. Ich hab ein Brust-Bessere-Verflexe, Mann. Reflexe. Ist ja bald mal da. Und warum kann ich ja so einfach durch das FBI geworden spazieren, was es ist. Wenn ich versuche, die Pissers überhaupt, hä? Ach, ist das ist das? Ach, ist das also. Ach, ist das also. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Nichts Verdächtiges. Nichts Verdächtiges hier. Ja. Die Pisse nur noch abhängt. Das ist ja eine meiner großen Spezialitäten, ne? Ob ich mich hier drin verstecken kann? Aber hier war doch der Laden, ne? Der ist jetzt zu. Tremmers Arbeitsplatz. Glaube ich, ja. Rückwärts einparken, ne? Meine Fresse. Ist das schon wack, oder? Ja, perfekt. Also wenn Sie ihn jetzt sehen, weiß ich auch nicht mehr. Der fährt hier nicht echt gerade durch, ne? Hä? Hey, we need to talk. Quick. Need me at those oil derics, just outside town. Elboro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Na. Hey, das klingt nach einem Radio, das ich nicht möchte. Guck. Dave, Ding erledigt. Easy. Dave. Dave. What the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data, algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA-Bildings. The IAA-Bildings? You fucking kidding me after the span I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expected inside job. Das... Ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen möchte, aber Gott zack. Die hat mir grad den Finger gezeigt. Das ist aber nicht nett. Anzeige ist raus, ne? So was das ich mir im deutschen Straßenverkehr nicht bieten. Wenn er respektiert, dann vergert er jemand. Alle anderen haben hier einen Führerschein bei Lidl gewonnen, oder was? Dass er immer mal bei Lidl gewinnen kann, oh mein Gott. Hey, Franklin. What's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, alright? Look. You remember? I told you I know people. Feds, who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Oh shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. Everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking Feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Hmm? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's... I don't... Hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah. Good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look. I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay? I never claim to be an angel. But you meet Trevor, Franklin. You'll swear I am an angel. So what's the mood then, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man. Look, man. You helped me. The way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the burial ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey. You're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Look, I told you. I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. I'm with you. All right. Vielen Dank.